Hey Leute, die News sind wieder zurück, nachdem ich sie mehr als einen Monat ausgelassen habe. Ich habe die Zeit aber genutzt und habe fast jeden Tag ein Video rausgehauen. Jetzt gibt es aber die Project News, diese Woche unter anderem mit dem 500 kW Lader von NIO, Tesla plant einen Solaranhänger und die Firma Male will den bisher ausdauerndsten Elektromotor gebaut haben. Das und vieles mehr seht ihr jetzt hier in den Project News. Sono Motors hat vor kurzem die App Sono Carsharing vorgestellt. Damit reagiert der Hersteller des Solarelektroautos Sion auf das ungenutzte Potenzial von rund 43 Millionen privaten Pkw in Deutschland, die durchschnittlich nur eine Stunde am Tag und weniger als 40 Kilometer bewegt werden. Die App soll das Teilen von Fahrzeugen aller Marken innerhalb einer Community aus vertrauten Personen ermöglichen. Damit könne die Auslastung privater Fahrzeuge um bis zu 150% erhöht und die monatlichen Fahrzeugkosten für Besitzer um bis zu 85% gesenkt werden, wie Pilotprojekte des Unternehmens gezeigt haben sollen. Nun legt Sono Motors nach und erweitert die App um die Funktion Find a Community. Besitzern von Pkw können ihre Fahrzeuge nur noch öffentlich in der App anzeigen lassen und somit nicht nur mit Menschenteilen, die ihnen bereits bekannt sind, sondern auch einfacher neue Mitglieder für ihre Community finden. Umgekehrt können Personen, die kein Auto besitzen, über die App bestehende Gemeinschaften in ihrer Umgebung finden und sich vernetzen. Vor allem außerhalb von Ballungszentren, in denen andere Carsharing-Anbieter noch nicht oder nur rudimentär vertreten sind, soll die App eine große Wirkung entfalten. Der Audi A3 soll als Elektro-Kompaktmodell bereits im Herbst 2026 auf die Straße kommen. Die Vorstellung des E-Autos sei für den Spätsommer 2025 geplant. Ein Bericht von Edison zufolge soll der Elektro A3 auf der dediziert rein elektrischen SSP-Plattform aus dem Flaggschiff-Projekt Trinity aufbauen und somit auf einer anderen Architektur als etwa aktuell der etwas größere Audi SUV Q4 e-tron, der auf der MEB steht. Die Plattform soll ab etwa 2026 durch die neue SSP-Plattform, kurz für Scalable Systems Plattform, ersetzt werden. SSP soll besonders flach sein, die neuen Einheits-Batteriezellen des VW-Konzerns nutzen und eine neue Elektronikstruktur sowie ein neues Betriebssystem aufweisen, etwa um autonomes Fahren nach Level 4 zu ermöglichen und das zu massentauglichen Preisen. Bedingt durch die SSP-Plattform steht im Innenraum mehr Platz zur Verfügung. Wie Edison ausführt, seien Reichweiten von bis zu 700 Kilometern zu erwarten. Der genutzten 800-Volt-Technologie sei Dank, könne man extrem schnell laden. Volkswagens erstes Trinity-Modell soll um die 35.000 Euro kosten. Daten, die auch einem rein elektrischen Audi A3 gut stehen würden. Realistischerweise werden sich die Preise eher im Bereich von 40.000 bis 50.000 Euro bewegen. Jaguar plant ein Trio von atemberaubenden elektrischen Sport-Crossover, welche die Marke ab 2025 in die Nähe von Bentley bringen sollen. Aufbauen sollen diese auf der eigenständigen Pantera-Plattform von Jaguar. Hinter Jaguar-Pantera verbirgt sich nicht etwa der Nachfolger des I-Pace, sondern vielmehr die Grundlage für den Wandel der Marke hin zu einem reinen Elektroautohersteller. Auf Basis der Pantera-Plattform sollen künftige E-Modelle der Marke entstehen. Jüngste Informationen deuten darauf hin, dass es zwar keinen neuen Jaguar geben wird, den man wirklich als Einstiegsmodell bezeichnen könnte, dass aber das kleinere Modell eine ähnliche Rolle wie der Range Rover Sport einnehmen wird. Diese wird als Dreitürer und Fünftürer erhältlich sein, welcher als eigenständiges Modell positioniert wird, mit einem Einstiegspreis ab 92.400 Euro. Geplant ist, dass dieses E-Auto als einmotorige und zweimotorige Antriebe mit Zwei- und Allradantrieb auf die Straßen kommen wird. Man darf davon ausgehen, dass die leistungsstärkste und bestausgestattete Version preislich bei um die 140.000 Euro starten wird. Das erste Modell aus der Reihe werde voraussichtlich in etwas mehr als zwei Jahren gegen Ende 2024 auf einer weltweit bedeutenden Automesse vorgestellt werden. Gefertigt wird der Stromer im Werk Soulie Hull. Das Flaggschiffmodell, das auf einem 200 mm längerem Radstand gebaut und ganz bewusst so konfiguriert wird, dass es die Nachfrage in China und den USA nach großen Autos mit luxuriösem Platzangebot im Fond befriedigen kann, wird wahrscheinlich serienmäßig mit einem Doppelmotor und Allradantrieb ausgestattet sein. Die Preise sollen bei etwa 140.000 Euro beginnen, aber Jaguar hofft mit Vollausstattung und der SVR-Behandlung, Preise von fast 232.000 Euro rechtfertigen zu können. Mit der stetig wachsenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen beginnen viele Hersteller über das Potenzial von Solarmodulen zur Reichweitenerhöhung nachzudenken. Unternehmen wie der niederländische Solarautohersteller Lightyear konnten bereits einige Erfolge mit dem Projekt verbuchen, bei denen es um die Entwicklung hocheffizienter Fahrzeuge mit eingebetteten Solarzellen ging. Das Video zum Lightyear One findet ihr übrigens, ich denke hier oben, rechts. Jetzt stellte Tesla auf der Messe Ideen Expo in Hannover einen neuen Solar Range Extender Anhänger mitsamt Starlink Internet Satellitensystem vor. Besucher zeigten sich überrascht, aber interessiert. Der Anhänger ist mit ausfahrbaren Solarmodulen ausgestattet, die EVS mit zusätzlicher Reichweite ausstatten sollen. Scheinbar lassen sich die drei PV-Paneele während der Fahrt zusammengefaltet verstauen, im geparkten Zustand können sie dann ausgefaltet und eingesetzt werden. Die EV-Plattform Electrek vermutet, dass sich damit selbst unter optimalen Bedingungen nur Zusatzreichweiten von ca. 80 km pro Tag nachladen lassen. Denn wenn es sich bei den genutzten Paneelen um die herkömmliche 300 Watt Version handelt, lege der optimale Output bei 2,7 kW. Allerdings könnte das mobile Solarpanel genügend Strom generieren, um einen Akku für eine Starlink Antenne zu versorgen. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat im Rahmen seines zweiten Power Days angekündigt, noch in diesem Jahr in China und Europa mit der Installation einer neuen 500 kW Schnellladesäule zu beginnen. Die Vorstellung der neuen 500 kW Schnellladesäule von Nio kann durchaus als Antwort auf die 480 kW Schnellladesäule von GAC Aion verstanden werden, die bereits vergangenes Jahr auf den Markt kam. Ursprünglich hatte GAC Aion einen 600 kW Schnelllader versprochen, doch der ist bislang noch nicht in Sicht. Und auch XPeng will erst im vierten Quartal dieses Jahres mit dem Rollout einer Ladesäule beginnen, die auch auf 480 kW kommt. Mit den 500 kW und einer Stromstärke von bis zu 650 Ampere legt Nio also nochmal eine Schippe drauf. Beim Power Day wurde allerdings nicht mitgeteilt, wo die ersten neuen Schnelllader aufgestellt werden sollen. Der Automobilzulieferer Mahle hat den laut eigener Aussage ausdauerstärksten E-Motor entwickelt. Der am Markt einzigartige Traktionsmotor soll unbegrenzt lange mit hoher Leistung arbeiten können. Möglich mache diesen Technologiesprung ein neues Kühlkonzept. Der neue E-Motor sei unerreicht klein, leicht und effizient und könne auf Kundenwunsch auch ohne den Einsatz seltener Erden gebaut werden, so der Zulieferer in einer aktuellen Mitteilung. Geeignet sei die Neuentwicklung für PKW, Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinen und Traktoren. Mit dem SCT-E-Motor will Mahle zum Vollsortimentsanbieter im Bereich elektrischer Antriebe werden und vom E-Scooter bis hin zur schweren Nutzfahrzeugen, Offroad und Industrieanwendungen alle Bedarfe abdecken. Vorgestellt werden soll die Neuheit erstmals auf der IAA Transportation im September 2022 in Hannover. Erst 2021 hatte Mahle einen neuartigen verschleißfreien und skalierbaren Traktionsmotor für PKW vorgestellt, der über einen breiten Drehzahlbereich hinweg sehr effizient arbeite. Der SCT-E-Motor hingegen soll so konstruiert sein, dass er innerhalb eines bestimmten Drehzahlbereichs besonders effizient ist. Seine Dauerleistung betrage dabei trotz der kompakten und leichten Bauweise mehr als 90% seiner Spitzenleistung wie Mahle zufolge jüngste Messergebnisse belegen. Nissan hat jetzt in Deutschland den Konfigurator für den rein elektrischen Aria freigeschaltet. Die Listenpreise beginnen wie zum Vorverkaufsstart angekündigt bei 47.490 Euro. Zudem hat der ADAC den Aria in sein Privatleasingprogramm aufgenommen. Die Basispreise, die erwähnten 47.490 Euro, gelten für das Modell mit 160 kW Leistung und 63 kWh Akku. Jetzt sind alle drei zum Start in Deutschland verfügbaren Varianten konfigurierbar, womit auch die Preise für optionale Extras feststehen. Da die größere Batterie und der dort optionale Allradantrieb als Sonderausstattungen des Basismodells mit kleinerer Batterie deklariert werden, sind alle Aria-Varianten zumindest bis Jahresende für den vollen Umweltbonus qualifiziert. Wie die Förderung 2023 aussieht, ist bekanntlich eben noch nicht final beschlossen. Die beiden Fronttriebler mit 63 oder 87 kWh sollen ab September der Allradler ab Ende des Jahres ausgeliefert werden. Einige Kunden könnten also noch von dem vollen Umweltbonus profitieren. Mehr Infos zum Nissan Aria könnt ihr im Konfigurator sehen. BYD nimmt beim Verkauf seiner E-Autos in Europa nach Norwegen das nächste Land in Angriff. In den Niederlanden hat der chinesische Hersteller die Autohandelsgruppe Lumen als nationalen Vertriebspartner ausgewählt. Das Unternehmen wird BYD-Kunden in den Niederlanden Online- und Offline-Verkäufe sowie After-Sales-Services anbieten. Im Konkreten wird Lumen eine digitale Plattform für Online-Bestellungen, Kundenservice sowie Beratung anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung von BYD. Ein erster BYD-Showroom, in denen Interessierte auch Fahrzeuge des chinesischen Herstellers begutachten können, soll im September in Amsterdam eröffnet werden, gefolgt von weiteren Standorten. Welche Modelle BYD in den Niederlanden anbieten wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. In Norwegen ist es bekanntlich der e-SUV Tang EV. Evergrande New Energy Vehicle, die E-Autosparte des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, hat in China mit dem Vorverkauf ihres ersten Modells begonnen. Damit steht nun auch der Preis fest. Der Hengchi 5 ist ab 179.000 Yuan erhältlich, umgerechnet rund 26.150 Euro. Das e-SUV ist damit deutlich günstiger als das Tesla Model Y und der NIO EC6, aber etwas teurer als der Xpeng G3. Die Auslieferungen des Hengchi 5 sollen im Oktober 2022 beginnen und Evergrande NEV strebt an, die ersten 10.000 Fahrzeuge bis zum ersten Quartal 2023 fertigzustellen. Die Produktion läuft schon seit Januar. Wie viele Fahrzeuge Evergrande Auto bereits vorproduziert hat, ist nicht bekannt. Interessenten sollen ab sofort gegen eine erstattungsfähige Gebühr von umgerechnet 146 Euro eine Reservierung platzieren können. Ab dem 1. August sollen gegen eine Anzahlung von 10.000 Yuan Vorbestellungen möglich sein. Ausgerüstet ist der Hengchi 5 mit einem 150 kW starken Permanent-Magnetsynchronmotor von Bosch und einem CATL-Akku mit Cell-to-Pack-Technologie und LFP-Chemie, der eine Kapazität von 72,8 kWh bietet. Die Reichweite nach chinesischem Standard wird mit 602 km angegeben. Und das waren die Project News für die KW27. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann sowieso beim nächsten Mal. Ciao!